Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die meisten von Ihnen haben in der letzten Woche die persönliche Supercard per Post bekommen. Und wahrscheinlich haben Sie in unseren Läden und in den groben Bau- und Hobbymärkten in der ganzen Schweiz schon mit einkaufen können. Jetzt kommt Supercard zu Ihnen in die Region mit Supergame, einem packenden Spiel für alle, die gerne etwas Aussergewöhnliches erleben. Drei bis vier Mal pro Woche wird von verschiedensten groben Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz ein Supergame ausgetragen. Wie beim richtigen Einkaufen können die Mitspieler, wenn sie Lust haben, Superpunkte für Superprämien sammeln und sich dabei wieder einmal so richtig amüsieren. Und als besondere Überraschung wartet jede Woche so eine tolle VW Lupo auf die glücklichen Gewinnerinnen oder Gewinner. Wer in Ihrer Nähe den Supergame tross Halt macht, entnehmen Sie am besten die Grobzeitung oder ein Plakat in Ihrem Grobladen. Denn verpassen sollten Sie diesen Applausch auf die Heifel. Weniger Sportler können aber auch zu Hause mitspielen, beim Supercard-Spiel. Diese Woche ist der Start der dritten Runde gesponsert von folgenden Markenartikeln. Zu gewinnen gibt es drei Städtenreisen für je zwei Personen nach Lissabon und auch diesmal 100 x 10'000 Superpunkte für Superprämien. Das Mitmachen lohnt sich also. Nach dem Supergame und dem Superspiel gibt es bei uns heute noch ein drittes Spiel. Es ist Beachvolleyball, eine Sportart, die in der Schweiz immer beliebter wird. Sorgt für diesen Aufschwung haben vor allem Paul und Martin Lassiga. Die beiden sympathischen Brüderer gehören zu den besten Teams der Welt und sind darum unsere grösste Medaillenhoffnung an den Olympischen Spielen in Sydney. Die Brüder Lassiga bereiten sich diesen Sommer intensiv auf Olympia vor. Wir haben sie gefragt, ob sie mit diesem Programm überhaupt noch Zeit haben in die Schweiz zu kommen. Wir fühlen uns mit der Schweizer Beach-Tour-Szene sehr verbunden. Darum versuchen wir so viel möglich an der Go-Beach-Tour teilzunehmen. Das ist aber nicht immer so einfach, weil wir auch für Olympia unsere Vorbereitung machen. Es gibt noch mehrere Teams in der Schweiz, die sich qualifizieren können. Wir spielen jetzt das internationale Turnier, damit wir uns in Sydney gut präsentieren können. Wir sind zuversichtlich und wünschen jetzt schon viel Erfolg. Wenn Sie selbst Beachvolleyball-Fan sind oder den faszinierenden Sport, den wir von euch anschauen möchten, haben Sie nach Zürich und Basel diesen Sommer noch weitere Gelegenheiten in Lausanne, Locarno, Luzern und Bern, wo schliesslich der Final stattfindet. Unterstützt wird die Beach-Tour von GoB. Der Eintritt ist darum überall gratis. Auch wir im GoB-Studio werden regelmässig unterstützt. Und zwar von Armin Amrein. Mit Rezepten, die auch Spitzensportler viel Freude daran hätten. Richtig. Heute zum Beispiel ist es ein Herdöpfelsalat mit geräucherten Forellenfilet. Grüezi miteinander. Die geschwollten noch lauwarm schälen und 4-5 mm dick schneiden. Dann mit je einem halben Dezis Weisswein und Öpfelessig übergießen und eine halbe Stunde ziehen lassen. Eine mittlere Zwiebeln schälen und in dünne Spalten schneiden. Zwei Essiggurkenscheibeln. Eine rotschalige Nöpfel und geschält vierteln. Das Kerngehäuse rausnehmen und ebenfalls in eine Scheibe schneiden. Für die Soße frisch geriebenen Meerrettich oder auch aus dem Glas. Pfeffer und Salz, Öpfelessig, Vollrahm und Traubenkernöl verrühren und den Salat mit anmachen. Die letzte geräucherte Forellenfilet in Streifen schneiden, über einen Salat verteilen und mit Schnittlauch bestreuen. Das Rezept für das Gericht steht in der neuen Coop-Zeitung. Und hier zur Erinnerung nochmals alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Herdöpfel, Weisswein, Öpfelessig, Zwiebeln, Essiggurken, Öpfel, Meerrettich, Pfeffer und Salz, Vollrahm, Traubenkernöl, Forellenfilet und Schnittlauch. Dankeschön, Armin. Nach diesem lustigen Salat wird gewohnt ein paar Aktionen, die Sie bestimmt gut brauchen können. Mit der Coop-Supercard bekommen Sie Sunray Studentenfutter zum halben Preis. Und beim Kauf einer Flasche Coop-Öpfelsaft-Klar gibt es 75 Superpunkte für Superprämien. Sie wissen ja, Supercard-Fahrzeigen sofort profitieren. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Dankeschön, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen. Tschüss.